Musik 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 Scheibe ist halt ein Mittel, was spannend ist, weil man durchgucken kann. Man kann ganz anders mit der Illustration arbeiten. Zusätzlich haben wir natürlich neben den visuellen Eindrücken auch schöne Plakate drucken lassen. Oder Kunstdrucke, nenne ich es mal, in der 500er Auflage. Die Leute können sich das hier vor Ort signieren lassen und haben ein Stück Club 7 bei sich zu Hause. Musik 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 Musik